Wieso diskriminierst du mich so krass? Ich hab dir nichts getan. Ich bin gerade am Boden zerstört. Du hast mich voll durchschaut und es ergibt keinen Sinn mehr weiterzunehmen. Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Wo ist mein Impulsschlag? Hallo, 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 hallo. Weitrig ist der Check the Widget. Willkommen dazu. Ich bin Lars. Ich begrüße dich und euch natürlich ganz ehrlich zu einem weiteren Part. Vorweg, ich bin leicht angeschlagen. Mein Hals, da gibt komische Geräusche von sich, beziehungsweise fühlt sich nicht ganz so toll an. Deswegen zu entschuldigen, wenn ich mal kurz pausiere und mal rumhusten muss oder allgemein sowas, wie jetzt zum Beispiel jetzt. Es tut mir leid. Ich weiß gerade nicht, was mein Hals los ist. Seit heute Nachmittag. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Wir standen auf Server 22. Wo denn sonst? Und das Problem an der Sache ist, das EPIC-Event ist vorbei, Leute. Das EPIC-Event ist vorbei und es ist so unglaublich kacke. Denn jeder weiß, das EPIC-Event ist immer das geilste Event mit. Für mich auf jeden Fall. Vielleicht für euch auch. Ich hoffe es doch mal. Ihr schaut gerne meine Videos. Ihr seht ja an den Aufrufen. Ihr habt ziemlich viel Spaß an den EPIC-Events. Und ich auch. Hau am meisten Money raus, aber scheißegal. Ich hab da dicke Sitz, ich bin in den Babo und Klapp. Ich werfe mit dem Fuffis in den Club. Von daher YouTube meine ich voll so gut. Wir standen auf Server 22. Und werden vorweg erstmal aus Klöchen und Popöchen gehen. Und da auf mich mal was reinschmeißen. Ja, ich habe letztes Mal vergessen, bei euch war es gestern. Etwas, die Waffe zu verzaubern. Es tut mir wirklich leid. Oh, hier. Hm. Der Rudolfs Nasenring. Schmeißen wir doch gerne mal rein. Dann kommt hier raus. 423. Ich glaube, kein wunderbarer Kollege braucht dies hier. Von daher können wir das gepflegt auch in die Tonne reinwichsen. Wir schauen mal eben schnell. 491, 448, 474. Das braucht kein Mensch. Von daher weg damit. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Drei weitere wunderschöne Epics. Sogar noch eine Wuse, der des Todes sich alle ins Klöchen reinknallen kann. Wunder, Wunder, Bärchen. Was haben wir hier? Einen Trank? Okay. Noch ein Trank. Und noch einen. Und wer das erwartet? Kein mehr. Okay. Ja. Server 22 sind wir eigentlich mit einer akzeptablen Beute rausgegangen. Ich sag mal, ich wollte eigentlich weniger Pilze ausgeben. Aber es ist okay. Damit können wir leben. Und ja, ich weiß, ZWC ist nicht mehr Platz 1. Oder sind wir wieder Platz 1? Ich weiß es gar nicht. Wir sind auf Platz 2 gerutscht. Und die Überlegung war natürlich sofort zu lieben. Nein. Die Überlegung war sofort, mich umzubringen, selbst mal zu begehen. Und ich zweifle gerade an mich selbst. Ich glaube, ohne mich. Ich glaube nämlich, ohne mich wären sie besser dran. Deswegen bin ich mal überlegen. Denn ich bin einfach nur ultrascheiße. Nein. Passiert halt. Es ist doch scheißegal, oder nicht? Ob man jetzt Platz 1 oder 2 ist. Wir waren, weiß ich nicht, fast 2 Jahre am Stück Platz 1. Da kamen wir auch kurz auf Platz 2. Vielleicht kommen wir wieder hoch. Wegenens haben wir jetzt Konkurrenzkampf. Wie jeder weiß, Konkurrenzkampf ist allgemein geil. Auch bei verschiedenen Sachen. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Apple oder Samsung. Ich nenne es jetzt nur als Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Das Konkurrenzkampf ist auch sehr geil, weil ganz einfach dann die Preise nach unten gehen. Auch bei Apple, nein, dann nicht. Aber egal. So, wir werden jetzt skillen. Wir sind ein Kundi. Und als Kundi skillen wir selbstverständlich natürlich hier noch ein bisschen ausdauern. Ein bisschen wenig. Das sollte soweit passen. Und vielleicht kurz auf die Nebenattribute. Ich schaue nochmal kurz, obwohl es sehr unschlau ist, erst mal zu schauen, wenn ich schon mein Gold ausgegeben habe. Ich habe alles verzauert. Das passt. Arena, da greifen wir den Frotzi an. Den Fosi natürlich. Oh, mit der Waffe des Todes weggeklatscht. Ja, 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 ja. Wir haben mit der Schneeballschlacht ihn voll eingeseift. Yeah. Kennt ihr eigentlich noch Schneeballschlachten? Macht ihr noch sowas? Ich meine, es sind noch einige Jüngere dabei. Ja gut, gibt es Schnee? Das ist die nächste Frage. Aber bei uns war das Standard. Ich weiß, in der Schule nur Schneeballschlachten und den ganzen Rotz. Damals lag ja noch Schnee. Damals. Damals. Also damals, vor zehn Jahren, da war die Welt noch viel besser. Nein. Aber ich glaube, ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, wo hatten wir denn richtig Schnee? Obwohl, irgendwann hatten wir Schnee. Ich weiß es aber nicht mehr. Leute, man achtet da nicht mehr so drauf. Wenn man nicht mehr so schön im Schnee rumtollen kann und in den Schnee reinpinkeln kann. Obwohl kann man auch... Hi Lasiboy, schreibt der Kollege und meine Stimme schon wieder. Entschuldigung. So, jetzt habe ich einen Mount. Der Beste bist du. Dankeschön. Ich war dein 2000er Abonnent. Genau Platz Nummer 2000. Nicht schlecht. 99,88% SA. Da geht mehr, mein Kollege, über 100. Nein. Ist gerundet 100% von der Pass. Das auf jeden Fall gibt ein richtig dickes, fettes. Nice. Für den Mount gibt es ein richtig übertrieben, super geniales, fettes. Not nice. Warum 20%? Warum willst du mich verarschen? Bitte denkt daran, einen Pilz auszugeben für einen 30%-Mont. Boah, ich hasse sowas, ne? Das macht mich aggressiv. Ich laufe gleich los und schlacht die Quelle Leute kaputt. Was ist das denn bitte? Wieso? Und der Hund, der steckt einfach die Zunge raus. Ne, Kollege. Das gefällt mir gar nicht. Wenn, dann kauft ihr den 30%-Mont. Von den Werten 1.900, 1.800. Das passt alles soweit. Ist ganz akzeptabel. Vielleicht ein Tickchen mehr Glücksskill. Sonst passt es. Mein junger Freund macht bitte weiter so. Außer das Mount. Das passt nicht. Sitterserver 2 nicht im Video. Hm, okay. Hier, das ist bitte im Video. Der, okay, Gehlen-Einladung. Du scheiß Kack-Spaß. Du bist dohbehindert. Geh dich vergraben und fick deine Mutter. Du hässlicher Müllmann. Wieso diskriminierst du mich so krass? Ich hab dir nichts getan. Ich bin Gott am Boden zerstört. Du hast mich voll durchschaut. Und es ergibt keinen Sinn mehr, weiterzunehmen. Wo ist, wo ist, wo ist, wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Wo ist meine Pulsschlag? Ah, da, ah. Nein. Ja, äh, Maxl. Eine sehr interessante, nette Nachricht. Und ich bedanke mich auf jeden Fall. Äh, Dankeschön. So, Sitterserver 2 ist wieder intern. Dein Lebenstrag. Oh, das ist schon ein bisschen älter. Der Nimmstrag ist ausgelaufen. Der, äh, Wopti. So, Weihnachtsepix hat man schon als, glaube ich, etwas ältere Nachrichten. Okay. Dann gehen wir auf Charakter nicht, sondern wir gehen auf den Dungeon und werden hier erstmal im Dämon-Portal. Ah, es kann natürlich etwas reißen. Leute, der Wegversperrer, er ist nun drin. Glaubt mir doch. Er wird jetzt fallen. Ich hab gestern einen Try gemacht, weil ich aufgenommen habe und ich hab so viel Damage gemacht. Guck mal, die Zahl ist so groß von seinem Ausdauerwert, dass niemand raussteht. Jetzt geht er down. Und ich glaub es nicht. Verdammte Scheiße, wieso denn nicht? Oh, ich hatte gestern so einen unnormal übertriebenen Try. So einen guten Try hatte ich noch nie in meinem Leben mit so viel Damage. Und jetzt geht er nicht down. Mmm. Ah, nice. Wieso? Oh Gott, Spiel, wieso tust du mir das an? Mr. Rübezahl, wir haben unsere Begleiter etwas gut, äh, etwas besser erklärt, meine Stimme. Ähm, Entschuldigung. Deswegen könnten wir eigentlich hier angreifen, oder? Alter, wenn ich jetzt krank werde, raste ich aber völlig aus. Ich darf nicht krank werden. Ich bin nicht krank werden. Ich hab halt wieder Urlaub. Letzten Urlaub auch. Hätte ich drei Wochen Urlaub, im Sommer bin ich krank geworden, ne Woche. Das kostet einen so dermaßen an. Und ich bin ja so sozial und geh nicht zum Arzt und lass mich krank schreiben. Sondern bin halt krank da im Urlaub. Ich bin ein so sozialer Mensch. Ich bin sowas von geil. Also, ich weiß noch nicht, warum Obama mir noch nicht den, ähm, Ordenfahrt gegeben hat. Das ist doch YouTuber. Nein, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist immer so. Wenn ich Urlaub habe, dann werde ich krank. Und ich hoffe, das passiert diesmal nicht. Das wäre nämlich kacke. So, mein junger Freund. Trübezahl bitte. Miete. Wir machen schöne Geräusche, aber es reicht noch nicht. Vielleicht mit der Waffe, wenn wir die ins Klöchen reinknallen. Oh Mann, es reicht nicht mal dicke. Oh Mann. Scheiße, ich werde echt krank. Das ist gar nicht gut. Das sind leichte Anzeichen hier. Das ist gar nicht schön. Mir ist kalt. Mein Hals tut weh. Meine Nase läuft mehr wie alles andere. Und das ist nicht schön, Leute. Ai, 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 ai. Ich hoffe, man ist morgen vorbei. Morgen weg. Wenn ich morgen ausgeschlafen bin um 2 Uhr morgens, dann ist es bestimmt wieder besser. Ja, und dann ab in die Kälte. Ja. Egal. Waffenladen, Zauberladen hatten wir. Im Dungeon kommen wir gerade nicht weiter. In der Gilde natürlich. In der Gilde betreten wir sehr wahrscheinlich den Umsensor. Mr. Umsensor. Oh, ein paar wunderbare Prozente abgezogen. Sehr, 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 sehr schön. Und wir gehen weiter auf Server Nummer 30. Server 30. Da ist die Mieze da. Ich grüße die Mieze. Nicht im Video. Okay. Hell in der Woche. Sorry, schreibt der Kollege. Muss nicht im Video. Bitte im Video. Bitte schon wieder ein Spasti. Lass dich mal aus. Bist ein super nicer Boy. Und bist super geil. Könntest du bitte meinen Schaub bewerten? Und kriege ich bitte, bitte ein richtig dickes, fettes, mit Eiern und richtig klatschendes, super geniales Zipfelklatscher. Nice. Natürlich, weil du es bist, mein junger Zipfelklatscher. Wir schauen mal eben hier. Diskriminierung immer mehr. Der Staubsauger. Oh, eine gute Spanne. Gute Werte. Glückwunsch, mein junger Freund. Und damit kannst du dir auf jeden Fall abends einen Gefallen tun, in dem du die Hose ausziehst und den Staubsauger auf jeden Fall sprechen lässt. 70,9. Entschuldigung. 70,9. Entschuldigung. Das allergieet auf jeden Fall mehr, mein junger Freund. Mein junger Zipfelklatscher. Du bist auf jeden Fall mein Zipfelklatscher. Und Tränke. Okay. Maut akzeptabel. Von den Werten. Schauen wir mal eben rüber. Das du bist auf jeden Fall ein wunderbarer Intelligenz-Boy. Das sieht alles sehr schnuckelig aus. Mal bitte weiter so, mein junger Freund. Und denk daran, immer schön Staubsauger benutzen. Sehr, sehr, sehr schön. Bitte im Video. Was war das? Sechs Epics und Infos. Weihnachtsepics en masse. Weihnachtsepics. Ich glaube, das ist alles nur Gilden intern. Ich weiß gar nicht. Nikolaus schreibt Kiss. Gedicht einer Frau. Müde bin ich. Geh zur Ruhe. Mach meine Augen zu. Lieber Nikolaus, bevor ich schlafe, bitte ich dich noch um was. Schick mir mal netten Mann, der auch wirklich alles kann. Der mir Komplimente macht. Nicht über meinen Hintern lacht. Mich stets nur auf Händen trägt. Sich Geburtstage einprägt. Mich stets nur auf Händen trägt. Sich Geburtstage einprägt. Okay. Hände trägt. Einprägt. Okay, das ist ein bisschen anders. Aber egal. Sex nur will, wenn ich gerade mag. Und mich liebt wie am ersten Tag. Soll die Füße mir massieren. Und mich schickt zum Essen führen. Er soll treu und zärtlich sein. Und mein bester Freund obendrein. Gedicht eines Mannes. Okay. Lieber Nikolaus, schick mir eine taubstumme Nymphomanin, die einen Getränkehandel besitzt und Jahreskarten für Stadion hat. Und es ist mir scheißegal, ob sie das reimt oder nicht. Ist okay. Ist sehr schön. Auf jeden Fall, danke schön. Ich glaube, das war für die Gilde auf jeden Fall sehr cool. Ein sehr schönes Weihnachtsgedicht. Sehr gut. So. Der Kampf hier auf 3.30. Den werden wir natürlich ohne Probleme gewinnen. Selbstverständlich. Oh, da kam eine Weihnachtsepixwaffe. Eine Weihnachtsepixwaffe. Klar, es kann kein Deutsch mehr. Wir betreten nicht das selbe Kätzchen, sondern gehen erstmal auf Waffenladen, auf Zauberladen. Ist was rausgelaufen? Natürlich. Der wunderbare Intelligenztrank. Ich bin so geil. Ich brauche einen Intelligenztrank. Ich habe sie in Pilze gesammelt. Warum? Weil ich die ganze Zeit Alu weitergespielt habe. Entschuldigung übrigens für diesen Aufstoßer. Weil ich die ganze Zeit Alu gespielt habe, bekommt man halt Pilze. Oh, ne. Ich kaufe die trotzdem raus. Vielleicht ist da etwas wunderspritziges hinter. Nein. Nein, 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 nein. Come on. Ach, nö. Was ist denn los hier schon wieder? Wir brauchen einen wunderbaren Intelligenztrank. So ein Kotzgrün. Da hat jemand voll reingekotet. Ah. Obwohl Kot ist nicht grün. Obwohl, es gibt auch grünen Kot. Aber ich spreche leider nicht aus Erfahrung. Leider natürlich. Weil ich sehr gerne grünen Kot habe. So, wir schauen mal hier. Ich glaube, eine Scheiße. Wirklich. Es ist wortwörtlich eine Scheiße. Komm schon. Ja, danke schön, Spiel. Dafür kriegst du einen. Nice. Ne, weil du es bist. Mein Yoga-Freund. Kaufen wir. Benutzen wir. Sind fröhlich. Sind glücklich. Und können auf jeden Fall beruhigt sterben gehen. So, wir schauen mal eben hier vorbei. Okay, das passt. Das passt. Oh, Begleiter sind hier nicht gesehen. Was ist denn los mit mir? War ich jetzt auf dem Klöchen-Pupöchen? Habe ich den Wurstmann bzw. Mr. Henke besucht? Mr. Henke. The Christmas Po. Auf. Dankeschön, meine Fresse. Wenn ich kacken muss, dann muss ich sofort kacken. Und kann nicht so lange warten. Wir werden nochmal skillen. Und zwar skillen wir gescheit auf Intelligenz. Ein bisschen Ausdauer. Intelligenz, Ausdauer. Ein bisschen da, ein bisschen dort. Die, das, äh, dies, das, andernas. Bla, bla, bla. So. Erinnerkampf gegen... Sissboy. Oh, weggeklatscht. Oh, es erhüpft. Das freut mich. Das... Oh, wir haben genau 100%. Natürlich haben wir genau 100%. Habe ich das vorher auch schon? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Doch, muss ich ja nicht gehabt haben. 100% SA. Läuft bei mir. Nice. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Okay, wir gehen in Dungeon hinein. Wir treten hier auf jeden Fall, ähm, Sissboy an. Greifen Sissboy an. Die Tafelkönigin, sehr schön. Gehen dann mal den... Oh, wir könnten vielleicht in diesen jungen Freund versuchen. Natürlich den Anwalt. Der den Daumen auch immer... Oh, das ist kein knapper Try. Das ist kein knapper Try. Das ist kein knapper Try. Oh, das ist der todesknappest Try ever. Oh, what the fuck ist das denn bitte? Oh, ist das knapp. Ich seh fast gar nicht mit meiner HP-Anzeige. Boah, ist das gut. Das ist gut. Und das liebe ich. 248, gar kein Ding für den King. Begleiter können wir jetzt nicht mehr skiden, weil wir kein Money mehr haben. Wer kommt denn jetzt? Oh, ist der Belzebob. Mr. Belzebob. Mr. Belzebob. Alla Tribute Kopf. Egal, nehmen wir mit. Nom, 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 nom. Oh, das ist sogar ein Update. Badaboom. Badaboom. Obwohl, ist es nicht. Doch, ist es. Ich dachte gerade, na, ich kann keine Zahlen mehr lesen. Aber aufs Klöchen. Und hier, hier. Verzaubern haben wir noch genug? Na, toll. Tollich, toll. Sicher, Digger. Tollich, tollich. Heute läuft, Leute. Wir betreten auf Server Nummer 30 den 3... Äh, den 30. Stock. Den 13. Stock, meine jungen Damen und Herren. Den 13. Stock. Der Let's Dem. Ein epischer Moment. Denn er ist der 13. Stock. Das ist doch wunderbar. Wir geben nicht alle Pilze aus, denn ich gehe weiter auf Server Nummer 2. UK United Kingdom. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann. Er ist doch wieder da. Der junge Freund. Der junge Weihnachtsmann. Und der hat euch alle Geschenke mitgebracht. Und zwar einen Tritt zwischen die Eier. So, der Weihnachtsmann ist natürlich da. Sehr schön. Und mit dem Weihnachtsmann gehen wir erstmal kurz in die Post. Was haben wir hier? Ups, Gilde 2. Erstmal schnell den Zauberland vorbeischauen. Oh, was haben wir denn hier wunderbares? Der Weihnachtsmann hat wieder Geschenke. Alles verzaubert. Natürlich sehr schön. Die Waffe ist natürlich geiler. Vom Werte. Ich glaube, die Schuhe waren auch geiler. Ja, die sind auch geiler. 389. Die sind auch geiler. Es ist alles geiler. Das Schild ist auch geiler. Verdammt. Das ist alles besser. Egal. Das Schild schmeiß ich jetzt rein. Das ist nur ein Wert. Obwohl. Moment. Gerne. Mein junger Magier. Bitteschön. 389 zu 385. Kein großes, feines, kleines. Ach, verdammt. Geschick immer noch. Oh, das ist. Wow. Das ist ein unmenschlich geniales Update. Sehr schön. Gefällt mir. Nice. So, kommen wir voran. Das kann ins Klöchen. Popöchen nicht mehr. Sondern das ist soweit. Das ist soweit. Ich werde mal schnell die reinpacken und die reinpacken und die auch auf jeden Fall kurz verzaubern. Mal wie schon erwähnt, wir sind natürlich der Weihnachtsmann, aber als, ich sag's mal so. Die Sachen sind besser. Die drei Sachen sind besser. Wir können sie halt als Weihnachtsmann natürlich wieder equippen, damit wir geil aussehen. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal hiermit versuchen, was zu reißen. Ist natürlich klar. Erstmal das bestmögliche Equipment anziehen, damit es richtig läuft, Leute. Aber als Weihnachtsbär sollten wir auf jeden Fall auch sehr viel ausrichten. Wir skillen. Was gehen wir denn? Wir skillen. Wir skillen, wir skillen. Ausdauer. Ja, Ausdauer ist gut. Ausdauer ist immer gut. Allgemein könnte man immer Ausdauer spielen. Bisschen Stärke. Ja, ein bisschen Stärke. Wieso nicht? Ich finde Gold, die ist schon wieder. Läuft auf jeden Fall richtig bei uns. So, da hinein, dort hinein, überall hinein. So ist es auf jeden Fall akzeptabel. Wir greifen diesen Micho an. Ja, wir haben verloren. Wieso, weiß ich nicht. Jetzt habe ich vergessen, die Tränke rauszukaufen. Scheißegal. Hier haben es ja dicke Sitze, ne? In der Gilde haben wir keinen Kampf. Ich betrete aber erstmal hier das Dämonenportal. Oh, wie viele Prozente waren das denn? Wie viele Prozente waren das denn? Alter Schwede, alter Riesenupdate. Wir haben so viel Damage gemacht. 400 Pilze. Ups, Gilde 2. Gilde 2. Dann gehen wir kurz in den Dungeon hinein. Betreten die... Oh, Leute. Ich glaube, dieser junge Freund ist drin. Natürlich ist er drin. Den klatschen wir sowas von gleich weg. 1% mehr. 1% mehr Leben im Dämonenportal. Nun sind wir hier bei dem jungen... Oh, bei diesem jungen Freund. Ich liebe ihn. Er sieht richtig lustig aus. Richtig schmelzig. Und der Kommandeur... Kommandeur, mit neuem Equipment bist du drin. Mein junger Kommandeur. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich habe mich komplett neu angezogen. Sie haben meine Sachen geklaut. Ich musste nackt durch die Gänge laufen. Das kann ich Ihnen nicht verzeihen. Jetzt bekommen Sie mit der Rute erstmal was zwischen die Eier. Vielleicht stecke ich Sie komplett hinten rein. Wieso? Ich bin der Weihnachtsmann. Gute Erklärung auf jeden Fall, Weihnachtsmann. Dankeschön für diese ausführliche Antwort. Hab schon. Kommandeur... Der Kommandeur... Der Kommandeur... Er singt nicht gerne. Er liebt die Community. Ich auch. Aber er liebt nicht den Weihnachtsmann. Ach komm. Ja komm. Jetzt vorbei. Jetzt hole ich die Rute raus. Jetzt hole ich die Rute raus. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, bitteschön. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt die Rute. Ich hab gesagt, jetzt kommt die Rute. Jetzt kommt die Rute. Äh, äh, ne. Du warst nicht brav zu Weihnachten. Du bekommst einen auf den Sack. Wieso spiel? Bist du heute so gut zu mir? Dankeschön. Meine Schippe versagt schon wieder. Oh, ein guter Weihnachtsmann hat es gerissen. Da kommt die Rute raus. Er bekommt eine neue Weihnachtsmütze. Yay. Bloß das Problem ist, die kann alles sein. Trotzdem. Oh, die ist gut. Die ist gut, Leute. 300, äh, 267, Entschuldigung. 267 und ne. Oh, Dreierstats. 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 Ich feier das so unnormal. Das sind die Dreierstats. Wie gut ist das denn? Bitte spiel. Dankeschön. Oh, kann ich nie verzaubern. Scheißegal. Ich hab ihn weggeklatscht. So läuft es richtig, Leute. Oh, ist das cool. Und der Roman. Morgen kommt der Weihnachtsmann wieder, glaubt mir. Oder übermorgen spätestens. Dann werde ich auf jeden Fall wieder durchtrennen. Und meine Stimme, ich höre mich echt an, wie so ein Weihnachtsmann, wenn er gerade mit der Stimme so tief ist. Weil zu viele Schwänze gelutscht hab, zu viel Deepfrau und zu viel Sperma geschluckt hab. Ich halte Drecksau. Eieiei. So. Dann würde ich mal sagen, Leute. Bevor meine Stimme ganz versagt und ich wollte noch einen Part aufnehmen, damit ich einfach mich gepflegt in zwei Tagen ausruhen kann und einfach meine Stimme schonen kann. Ob ich den zweiten Part noch durchhalte, weiß ich nicht. Werdet ihr mitbekommen morgen? Wenn es euch gefallen hat mit diesen unglaublich genialen, super, super, super. Also es waren richtig geile Folge, haben wir richtig viel Spaß gemacht. Wir haben so viel umgeklatscht. Lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Bei 100 Likes, wie schon erwähnt, raste ich wieder völlig aus. Vielen Dank für das Feedback beim Epic-Event. Vielen Dank für die letzten Kommentare, für die ganzen positiven Likes, für das ganze Feedback. Ihr seid einfach nur klasse und zeigt mir wieder, es macht einfach nur Spaß. Es macht einfach nur Spaß bei YouTube und mit euch, weil ihr seid die beste Community ever. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid einen Haufen super nicer Boys. Reingehauen und tschüssi. Nice.